Dynamo TV wird präsentiert von Verti Carles, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Ein herzliches Glück auf aus dem Mediencenter zur Pressekonferenz. Begrüße Sie, begrüße Euch im Anschluss an die Partie der dritten Liga zwischen dem FC Erzgebirge Aue und den Gästen von der SG Dynamo Dresden. Beide Trainer haben Platz genommen, wir freuen uns auf Ihr Statement. Der Gast hat wie immer das erste Wort, Markus, anfangen. Ihre Analyse bitte. Ja, hallo zusammen. Erstmal gratuliere Aue zu dem Sieg. Ich finde, dass wir nicht so gut in die Partie gekommen sind. Wir haben eine gewisse Aggressivität und Zweikampfhärte vermissen lassen in vielen Situationen, wo ich glaube, dass wir es hätten wesentlich besser machen können. So ein bisschen die Krone des Ganzen aufgesetzt hat dann das erste Tor, wo wir mit zwei Mannen im Prinzip an der Seitenauslinie einfach nur begleiten, ohne wirklich einen Zweikampf zu führen. Und dann wissen wir halt, dass Aue viele Bälle im Rückraum spielen. Wir sind im eigenen Sechzehner in Überzahl, aber wir verteidigen den einzigen Spieler, der das Tor machen kann, verteidigen wir nicht. Das war so ein bisschen exemplarisch dafür, wie wir so teilweise die Zweikämpfe angegangen sind. Dann haben wir so ein bisschen mehr Mut gefasst, warum auch immer wir es vorher nicht hatten, weiß ich nicht. Haben dann nach vorne gespielt. Und dann muss man sagen, ist das Manko halt. Kutsche kann den Kopfball reinmachen, Paul Will kann ihn, glaube ich, reinmachen. Ich glaube, wenn wir in den Situationen und Zimmel kann ihn einmal querlegen auf Kutsche, wo wir dann auch leer vom Tor sind. Ja, wenn du aus den Situationen dann kein Tor machst, das waren, glaube ich, so die klarsten Torchancen, die in diesem ganzen Spiel waren. Und du machst kein Tor, dann wird es halt auch schwer. Und dann zweiter Halbzeit haben wir dann gesagt, okay, wir wechseln nochmal offensiver und haben dann alles nach vorne geworfen, mehr oder weniger. Haben viel Druck versucht, nach vorne zu erzeugen, was dann zwangsläufig passiert sind. Konteraktionen. Ja, und haben dann Schüsse aus der Distanz zugelassen, ohne wirklich klare Torchancen, wo Brollo jetzt mal halten musste, bekommen zu haben. Aber dann kriegen wir durch eine Standardsituation von uns, kriegen wir eine Konteraktion, gehen zu früh raus. Und ja, da muss man sagen, Aue war brutal effektiv, hat alles das, was sie bekommen haben, mehr oder weniger genutzt. Haben sich in jeden Ball reingeschmissen, haben am Ende leidenschaftlich das Spiel über die Zeit gebracht. Und wir waren einfach nicht in der Lage, dann die eine oder andere Chance noch zu nutzen, wie von Park, der dann an Forsten schießt. Ich glaube, insgesamt vom Spiel her wäre es mit dem Unentschieden, glaube ich, in Ordnung gewesen. Aber wenn du nicht so effektiv bist, wie das Aue war, dann darfst du dich auch nicht beschweren. Deswegen müssen wir das so hinnehmen und müssen jetzt regenerieren und haben jetzt ein Heimspiel vor der Brust und werden da versuchen, unsere Punkte zu holen. Euch alles Gute. Ich glaube, ihr habt eine tolle Truppe und vor allen Dingen viel Qualität in euren Reihen. Und ich glaube, dass ihr auch noch ein Wörtchen mitsprecht, was die Aufstiegsränge betrifft. Pavel, alles Gute. Ja, vielen Dank, Markus Anfang. Schön, unser Druck gesetzt. Pavel, Deutschhef, deine Analyse bitte. Herzliches Glück auf. Meine Meinung. Alles gut, darfst du. Danke, Markus. Ja, das war schon, wie Markus das auch gerade angesprochen hat, das überdeckt sich auch mit meiner Einschätzung. Für mich war vor dem Spiel schon gewisse Anspannung oder ungewiss, sag ich mal so, wie das funktioniert wird. Das, was ich eigentlich, oder was wir uns vorgenommen haben, ob das funktionieren kann, ob das funktionieren kann, insofern diese mit dem Anlaufen, mit dem Zwei-Stürmer vorne anlaufen, mit, also sag ich mal so, 4-1-3-2. Und die Problematik ist ja, wenn wir mit einem Mittelfeldspieler vor der Kette agieren, dann haben wir zwei breitstehende Außen- oder Mittelfeldspieler, die ein Mann abdecken muss. Das war eigentlich für mich so ein großes Fragenzeichen, ob wir das gut umsetzen. Aber ich finde, dass das sehr gut funktioniert hat. Und wir haben immer Zugriff gehabt. Deswegen haben wir auch geschafft, uns in den Zweikämpfen zu verwirken. Weil wenn wir das nicht so gemacht hätten, hätten wir nicht die Zweikämpfe gehabt. Hätten wir diese Aggressivität nicht gehabt. Und würde von außen so aussehen, dass wir nicht wollen. Aber das hat mit Wollen nichts zu tun. Das hat auch mit Abständen zu tun. Und es hat gut funktioniert. Wir waren eng ein Mann. War, wie gesagt, auch gewisse Risiko da. Aber es hat, ja, der Plan ist ja sozusagen aufgegangen. Natürlich, gegen so eine Spitzenmannschaft zu spielen, lässt du natürlich eine oder andere Chance zu. Anderes geht nicht. Aber wir haben heute ein bisschen auch ein bisschen Glück gehabt. Oder vielleicht haben wir das Glück gezwungen heute. Und wir haben meiner Meinung nach ein sehr, sehr leidenschaftliches Spiel gesehen. Ein sehr emotionales Spiel. Ich freue mich auch mit den Kulissen hier nach langer Zeit, solche Kulissen wieder zu haben. Also im Endeffekt, Leistung hat gepasst, Ergebnis hat gepasst. Und ich bin überglücklich und freue mich sehr über die Mannschaft, über die Zuschauer. Und natürlich, jetzt können wir versuchen, die Tage auszuruhen. Und dann konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel. Aber das hat uns schon gut getan. Und ich bin vom Spiel gefragt worden, oder ist mir die Frage gestellt worden, ob, ja, was gibt mir Hoffnung, dass wir heute gewinnen können. Weil wir die Hinrunde gegen Spitzenmannschaften kein einziges Spiel gewonnen haben. Und ich habe ganz klar gesagt, dass wir uns weiterentwickelt haben und dass wir auf jeden Fall besser sind als die Hinrunde. Und das hat sie heute für mich bestätigt. Fällt so ein bisschen ein oder andere Situation, diese Cleverness noch. Aber insgesamt, die Leistung war top. Wir müssen aufpassen, momentan nur personell darf nicht viel bei uns passieren. Wir haben viele Leute, die vorbelassen. Jetzt haben wir zwei Leute, die fünfte gelbe Karte bekommen und vier Leute, die es schwer verletzt sind. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass bei uns nicht mehr in der falschen Richtung alles läuft. Aber ansonsten bin ich sehr glücklich, sehr zufrieden. Freue ich mich für uns alle. Und ja, an Markus wünsche ich dir alles Gute, Markus. Und gute Saison machen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Pavel Dotschef. Gibt es Fragen an die Trainer? Bitte mal ein kurzes Handzeichen zum Reichen des Mikrofons. Da vorne bitte. Herr Anfang, korrigieren Sie mich gern. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese Spielunterbrechung in der 31. Minute die Mannschaft auch ein bisschen rausgebracht hat. Weil zu dem Zeitpunkt waren Sie eigentlich klar besser. Ja, ich fand so die ersten zehn Minuten waren wir nicht so in der Partie. Danach waren wir eigentlich ganz gut in der Partie. Aber Spielunterbrechungen, wenn du in einem Lauf drin bist, für dich, sind natürlich nie wirklich günstig. Das ist klar. Aber das jetzt nur daran festzumachen, wäre, glaube ich, dann auch ein Stück zu einfach. Weil man hat ja schon gesehen, dass wir auch immer wieder in die Räume gekommen sind und auf die Kette zugekommen sind. Und ja, ich glaube einfach, dass wir das wesentlich besser machen können. Und wir hätten viel mehr Bälle auch in den 16er spielen können. Aber das wäre jetzt, glaube ich, eine zu einfache Erklärung dafür. Gibt es weitere Fragen? Ja, hier vorne. Timon, das ist einmal von der sechsten Zeitung, Herr Anfang. Der Vorsprung auf Platz drei bringt nur noch zwei Punkte. Verspüren Sie jetzt mehr Druck? Also ich habe es draußen schon mal gesagt. Wir sind ja der einzige Verein, der ganz klar gesagt hat, dass wir aufsteigen wollen. Das heißt ja nicht, dass wir der Favorit sind. Dazu haben wir uns nie gemacht. Ich glaube, dass viele Vereine mit Sicherheit dieselben Ambitionen haben in der Liga. Das heißt, wir sind vom ersten Spieltag an mit diesem Druck in der Liga unterwegs. Also von daher ändert sich für uns gar nichts. Also wir wissen, dass das eine schwierige Aufgabe wird. Wir wissen, dass das auch immer wieder, der muss immer wieder gegen Widerstände ankämpfen. Das gehört einfach beim Fußball dazu. Aber das beunruhigt uns jetzt grundsätzlich gar nicht. Aber wir können am Ende nur das beeinflussen auf dem Feld. Und ich glaube, wenn wir heute unsere Chancen genutzt hätten, dann hätten wir mindestens unentschieden gespielt. Ich glaube, das wäre auch in Ordnung gewesen. Aber das haben wir nicht geschafft. Und wir werden jetzt versuchen, gegen Essen zu Hause einfach die drei Punkte zu holen. Und noch eine Frage zu Lars Bünning. Er hat heute seine fünfte Gelbekarte gesehen. Sie haben das schon am Freitag gesagt auf der Vortagspressekonferenz. Es wird langsam knapp in der Innenverteidigung. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie ihn ersetzen wollen? Ja, das ist von meinem Kollegen knapp. Bei uns ist es auch knapp. Immer wieder mal. Aber das ist halt so. Wir haben jetzt heute dann auch aufgrund der gelben Karte, dass wir zwei Innenverteidiger mit gelben Karten auf dem Feld hatten, haben wir auch hinten rausgesagt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Haben dann Paul Will hinten reingestellt. Haben dann den Tom Berger ins zentrale Mittelfeld geholt. Ja, müssen wir jetzt schauen. Wir haben jetzt eine Trainingswoche vor der Brust. Da müssen wir mal gucken, wer uns dann da zur Verfügung steht. Aber wir werden da schon eine gute Lösung finden, glaube ich. Die Mannschaft, die ist schon gewillt. Aber man muss halt auch am Ende mal sagen, dass viele Situationen, die wir heute hatten, da brauchst du dann aber auch diesen unbändigen Willen, dann das Tor zu machen. Und ich glaube, dass wir heute also mehr als ein Tor hätten machen müssen, was dann auch dazu gereicht hätte, das Spiel zumindest unentscheidig zu gestalten. Ich habe noch eine Frage an Herrn Dotschef. Herr Dotschef, wie groß sind denn jetzt Ihre Ambitionen noch an den Aufstiegsrängen anzuklopfen? Ach, ich kann jetzt nicht über Ambitionen reden, weil wir jetzt gegen Dresden gewonnen haben. Jetzt sage ich, wir steigen auf. Also ich habe das immer gesagt und das sage ich jetzt nochmal. Ich habe auch heute vom Fernsehkamera und habe ich das auch immer gesagt. Für mich ist wichtig, dass wir Siegementalität entwickeln. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir genug Punkte haben und jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Und dann letzte vier, fünf Spieltage vom Schluss gucke ich mir die Tabelle und dann kann ich wissen, was noch möglich ist oder was nicht möglich ist. Aber jetzt zu sagen, Ambitionen, wir wollen, natürlich wäre es schon, wir träumen alle, aber man muss auch mal ein bisschen realistisch bleiben. Und ich habe immer so diesen Spruch gerne, wo ich sage, wenn man viel erwartet, wird meistens enttäuscht. Wenn man wenig erwartet, bekommt man alles. Also von daher, Ball flach halten, Punkte sammeln und dann werden wir zum Schluss sehen, was noch möglich ist. Ja, bitte. Trainer, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese Selbstverständlichkeit, diese Leichtigkeit, diese fast schon Eleganz der ersten Spiele nach der Rückrunde so ein bisschen abhandengekommen sind. Kann das daran liegen, dass auch wenn die Spieler das absolut bestreiten, dann doch natürlich im Kopf was anfängt, Mensch, wir haben hier was, was auf dem Spiel steht. Oder liegt es vielleicht auch daran, wie der Herr Totschiff gesagt hat, dass die Gegner immer mehr sich ganz, ganz ausgewiefte Pläne einfallen lassen, wie man gerade Dynamo Dresden am besten wähltun kann? Ja, wenn man jetzt die Ergebnisse nimmt, dann kann man natürlich das immer an den Ergebnissen festmachen. Wenn ich an die Spiele erinnere, wie wir aus den Spielen rausgegangen sind, dann ist, glaube ich, häufig auch der Plan aufgegangen in vielen Sachen. Und ich glaube, heute müssen wir, wie gesagt, auch noch mal. Wir müssen mehr Tore schießen als die, die wir geschossen haben. Und dann reden wir über diese Themen nicht. Und ich glaube, dass es egal ist, was der Gegner am Ende des Tages macht, der kann sich einen super Plan ausdenken. Wenn du am Ende dein Spiel durchsetzt, dann ist es grundsätzlich egal, was für einen Plan der Gegner hat. Wir sind heute auch in der ersten Halbzeit viel über Luca und überhaupt auf die Kette gekommen und haben genau in diesen Räumen rechts und links vom Sechser die Aktion nach vorne gestartet. Wenn daraus dann zwei, drei Tore fallen und wir in der Halbzeitpause drei Tore haben, dann sagen alle, er ist super aufgegangen, der Plan. Also wenn wir es immer nur am Ergebnis festmachen, wird es schwer. Aber wir wissen halt, dass wir an Ergebnissen gemessen werden. Aber die Jungs selber, die machen sich schon extrem Druck. Es kann halt sein, dass sie auch vielleicht ein bisschen drüber waren und deswegen vielleicht dann am Ende diese Spannung in den ersten zehn Minuten nicht hatten. Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass sie sich zu viel Druck gemacht haben. Aber eins ist auch klar, so kannst du dich dann gerade die ersten Minuten nicht präsentieren. Und so ein Gegentor, was du bekommen hast zum 0-1, das darfst du einfach nicht bekommen. Das muss man auch mal einfach ehrlicherweise sagen. Da müssen wir es wesentlich besser verteidigen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Truppe jetzt kein Selbstverständnis mehr hat. Doch, hat sie. Und sie glaubt doch an sich. Beim 0-2 haben wir auch weiter nach vorne gespielt. Und wenn der Paki das Ding reinschießt, dann steht es 2-2. Dann reden wir über eine ganz andere Thematik. Aber wir haben halt nur verloren. Und da muss man sich natürlich auch diese Fragen gefallen. Das ist ja klar. Gibt es weitere Fragen? Sehe ich nicht, dann bedanke ich mich. Ich wünsche Ihnen gestern aus Dresden eine gute Heimreise. Ihnen noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.